J-K-I-F-P-Z-Y, das ist das WLAN-Passwort deiner Swisscom Internetbox. Ist ein wenig lang und schwierig zu merken? Kein Problem, mit der MySwisscom App kannst du dein WLAN-Passwort ganz einfach und jederzeit nachschauen. Bevor du dein WLAN-Passwort einsehen kannst, musst du dein Smartphone mit dem WLAN verbinden. Und dann öffnest du auf deinem Smartphone das MySwisscom App. Du gehst unten auf Produkte, wählst Internet aus und tippst auf WLAN-Passwörter anzeigen. Und schon wird dein Passwort von deinem Internet angezeigt. So einfach kannst du dein WLAN-Passwort mit der MySwisscom App nachschauen. Ich bin Donnie, Trainer bei Swisscom Academy, ciao zusammen.